äh, Sniper vs. dann... Es gibt keine, was? Es gibt was? Hä? Mann, ich bin hier von der Scheiße, hier von der Ende, Mann. Gibt es anscheinend nicht, okay. Und jetzt? Wollen wir da zurück gehen. Ja, und die Frage ist, wo ist es, ne? Wollen, wer hat es erstellt? Die Schweizer. Genauer. Rikola. 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 A gang war. Too fast to furious. Ja, hallelujah. Waschmaschine. Okay. Ich überlege ja gerade, ob ich nicht mit dem Traktor bei ich vorfahre. Weißt du, mit dem Traktor die Bullen verarschen. Drecker. Ja. Okay, sobald ich da einmal draufgeklickt hab, steht dann im Spielen zugefügt und da muss man halt, äh, kurz einmal neu starten. Höchstschlimmer. Huiiii. Mhm. That shit done. I'm gonna get that shit done. Bitch. Ich find das nicht, ich, äh... Das... Was klingt wie Donald Duck? Ach, das... Wumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Aber ich bin nicht müde, nö. Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Hast du was gefunden? Chuck Norris wird nicht müde. Der Schlaf wird Chuck Norris. Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Das sind ja so viele. Crew Battlesnipers. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was? Hey? Hallo? Wer von euch hat sich gerade Helium reingezogen? Wer ist denn das? Consumer. Consumer, hast du ein bisschen Helium bei dir? Consumer ist wieder da. Last Man Standing. Wobei Last Man Standing dabei sei. Hä? Da freut sich gar niemand aufs Bett, Underworld. Gar niemand. Jo, hat er bei mir auch schon, wie Sau. Hallo, Redcat. Redcat mal zuhören anscheinend. Zuhören ist relativ gesagt. Davor hat er es schon gesagt. Er hat es gefunden anscheinend. Das findest du da nicht. Ich habe es. Hallo, warte doch. Ja, ich habe es gerade gelesen, ihr Redcat. Ich lese es ja da. In dem Social Club findet man es dabei, aber es ist allerdings nicht. Ich lese gerade den Chat. Redcat hat es anscheinend. Achso? Doch, was denn jetzt? Hä? Naja. Ich hasse euch. Ihr werdet mich so in Grund und Boden. Stimpfen. Stimpfen? Stimpfen, habe ich gesagt. Stimpfen. 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 Pommes besorgen wieder. Morgen Schule, nein. Jo. Na du arme, ja. Schule. Schule ist auch cool. Ja, das wissen wir jetzt. Das ist es ja. Ganz ehrlich, was wir für einen Scheiß gemacht haben. Da habe ich mir in der Pause, habe ich mir einen 17 Euro Toaster gekauft beim Penny. Und damit bin ich dann in die Schule und dann haben wir uns Käseschinkentoast unter der Stunde gemacht. Und wir hatten so einen großen Sicherungsschrank, wo wir den immer versteckt haben. Okay. Weil sie mitten in der Stunde riecht es dann nach Käseschinkentoast und die Olle so, habt ihr die Toast? So, dann haben wir Rostenbratwürstel gekauft. So, im Nürnberg-Rostenbratwürstel, die Kleinen, haben die Toaster auf die Seite gelegt. Zweimal auf höchste Stufe und die waren fertig. Geil. Und dann kam das Geilste. Haben wir Mini-Pizzen gekauft. Den Toaster hat wieder seitlich hingelegt und die Mini-Pizzen reint. Zweimal auf voller Stufe und die sind fertig. Und irgendein Vollhorst hat das Teil aber wieder hingestellt. Der Käse hat zu brennen angefangen, der Toaster hat einen Kurzschluss und hat auch zu brennen angefangen. Okay. Und wir hatten, dann hatten wir einen Kurzschluss und einen Stromausfall im gesamten scheiß Neubau. Und zwar den ganzen Tag, die Schule war dann aus. Fuck, Mann. Oder die Zeit, wo wir Mikrowellen-Popcorn im Projektor gemacht haben. Natürlich wusste es die Lehrerin nicht, aber wenn dann, weißt du, dann macht sie so den Projektor an und wir sehen, nach fünf Minuten sehen wir auf der Wand schon die Schatten vom Popcorn durch die Gegend springen. Okay. Und dann hat sie es dann gemerkt, als es nach Popcorn gerochen hat. Die Tüte Popcorn hat dann zu brennen angefangen. Und der Projektor war hin. Wie so böse Kinder, das waren wir in der 10. und 11. Klasse. Okay. Der eine hat, da haben sie einen Wasserkocher geholt und da haben sie Weißwürstel in der Pause gemacht. Weißwürstel? Ja, Weißwürstel. Freilich, wir haben eine Weißbier. Entschuldigung, Brezen. Oh, Sonnenuntergang kann ich ja gar nie sehen, weil es regnet. Aber ich plansche in den Pfützeln, ach wie schön ist der. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf die Brille scheiß. Dass ich mit einem Bauladenbrot heiß. Und was macht ihr heute so im Berufsleben? Ähm, Becker, nee. Das erzähl ich dir mal anders mal. Das erzähl ich dir mal anders. Man, diese Musik ist schrecklich. Der eine, der die Weißwürstel gemacht hat, in der Schule, statt in Mathe aufzupassen, der ist jetzt bei der Bahn. Das erklärt einiges. Äh, Klanggas warst du schon eingeladen? Achso, okay. Also Klanggas warst du übrigens gefunden. Also er lädt uns gleich ein und dann spielen wir das mal. Wie Monster ist dein Fehlgeschlagen? Sackkratzen 350. Alter, du bist der Hammer. Wie, ich bin der Hammer? Wer? Ich? Wieso? Warum? Was ist denn? Ja, 20 Uhr, hab ich doch gesagt. Wieso? Was ist denn? War ich mir die letzten paar Stunden recht gut auf Trab gehalten? Weil irgendwas, ja genau. War es irgendwann so unverständlich? Ich gesagt habe, 20 Uhr, oder? So. La, 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 la. Ein Mann hält sein Wort. Eben. Oh, was haben wir hier? Ist der Golfklub, oder was ist das hier? Hey. Ist das hier eine fette Limoasine? Hier ist er voll der Edelklub. Der Weinberge. Ich will mal eben hier den mitnehmen. Ach, Anna wieder am Schleiben. Natürlich, du. Also ist es doch. Ja, klar. Auf der Titanic. So. Huch. Lasst mich durch. Lasst krachen, Schätzelein. Lasst krachen, Schätzelein. Schätzelein. Schätzelein, ruhig, glaube ich. Nein, aber das tatsächlich durchzuziehen, verdient meinen größten Respekt. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich es irgendwann mache. Viele hatten ja nachgefragt, wann ich den 24 Stunden Stream mache. Und ja, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt muss ja erstmal Ruhe sein. Nein, Quatsch. Ich freue mich natürlich, dass es hier Spaß hat. Sascha braucht eine eigene Fernsehsendung. Ja. Sascha und Friends. Sascha and Friends, oder so. Du weißt, wie schnell ich einschlafen kann, oder? Das stimmt. Ähm, ja. Juhu. die zirkus auf die zirkus auf sieben tritt und serienkillerin was möchte ich bin sehr natürlich auch mal das macht ihr keinen kopf kommen sogar war was macht er denn er will mich darunter schuppen alle ich schub dich auch mal drunter sascha du wirst nicht angezeigt dass du in der lobby bist ich bin ja auch ich bin ja auch nicht was hat das spiel verlassen keine ahnung ich bin irgendwo in der lobby wo keiner ja die einladung hast du kommen ja habe ich die bekommen tatsache oder martin leicester ich habe nicht nur kommen auch gott dann schicken noch eine raus du hast eine social einladung bekommen ist das die ne das ist ja das heißt halt dass snipers was ist dann das siehst du sie noch nicht genau das zu schätzen in den letzten zehn minuten also wenn du sagst du soll jetzt durch drin warst du jetzt ein paar stunden nicht dabei ja ja so und bevor ich das ganze jetzt überhaupt blabber jetzt haben wir schöne zehn minuten und während ich jetzt hier so ein bisschen durch die gegend fahre möchte ich mich erst mal bis jetzt habe ich noch gar nichts bekommen da hat er recht möchte ich mich erst mal bei allen bedanken die da waren erst mal vielen vielen dank dass so viele da gewesen sind beim 24 stunden stream das danke auch an consumer der komplett auch mit durchgehalten hat und auch die anderen die vielleicht komplett durchgehalten haben die ich nicht gehört habe aber im stream dabei waren zugesehen haben vielen vielen dank dafür jetzt habe ich die einladung bekommen und ja ich hoffe natürlich hat eine menge spaß ihr konntet ein bisschen ja was mit dem wieder hat an an spaß freude und weil zwölf stunden dabei irre ja wie gesagt seit gestern 8 uhr und jetzt haben wir ja gleich 8 uhr habe ich dann 24 stunden einmal durch das ganze wird auf youtube landen wie schnell ich die folgen nach fertig kriege für youtube weiß ich nicht falls ihr da gerne mal reingucken möchte wo wir angefangen haben mit resident evil und alles bis dann in die frühen morgenstunden muss ich dann schauen und ja ich bedanke mich natürlich an die vielen neuen follower vielen 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 dank auch die neuen abonnenten bei youtube dankeschön jeden freitag jeden samstag 20 uhr gibt sie letzte live show hier auf dem stream oder auf den channel und dürfte auf keinen fall verpassen wir feiern am 7.2 feiern wir übrigens einjähriges dürft ihr gerne dabei sein ich muss mir da auch noch was überlegen was ich da mache weil da noch mal ein 24 stunden stream glaube ich jetzt erstmal nicht ich glaube ich brauche da jetzt erstmal eine gewisse auszeit ich bin auch momentan so ein bisschen mit den gedanken am spielen hier der liebe gsweno hatte mich ja auf die idee gebrauchen donate button einzuführen so ein spende button weil viele haben schon so ein paar andeutungen gemacht dass sie doch gerne ein paar sachen ein bisschen was spenden möchten zum beispiel dass ich dann vielleicht ein bisschen equipment kaufe oder vielleicht spiele ich werde ich bin ich spiele auch momentan mit den gedanken dass ich vielleicht so ein bisschen was unter dem aber nur unter dem browser halt kann man das machen playstation gibt es ja nicht dass man halt unter dem browser stream unten im browser dann halt zum beispiel games voten kann die man als nächstes zeigt oder die man sich wünscht die ich mal spiele das könnte man da bin ich so momentan so ein bisschen am überlegen wie ich das ganze hinbekomme und dann könnt ihr nämlich dann quasi da unten reinschreiben hey ich würde mir ich könnte mir echt gut vorstellen mal das und das mal das und das mal diesen das und was machst du da der ist doch schon beigetreten und und wie gesagt dass sie dann bist du dann da unten wie gesagt dann rein schreit und alles dass ihr da vielleicht mal vorschläge macht was für spiele wann ich dann halt spielen soll aber das ist alles noch zukunftsmusik da bin ich jetzt momentan gerade noch mit den gedanken dabei ich muss auch gucken momentan gibt es auch noch keine großartigen neuen videos auf youtube ich bin noch nicht dazu gekommen wieder neue let's plays aufzunehmen da seid mir nicht böse aber es gibt da noch viel zu gucken ich wurde auch gefragt ob es neue alien dlc inhalte geben wird also von alien isolation wir können ruhig das spiel schon starten und ja ich denke schon dass auch noch mal was neues gibt minecraft geht ja auch weiter die season und ansonsten als nächstes ja season 1 läuft gerade 14 episode glaube ich es ist die aktuellste ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen bleibt mir weiter in treu und vielen vielen dank wie gesagt noch mal für die die durchgehalten haben und ich hoffe gesagt ihr hattet spaß beim 24 stunden stream und die die wie gesagt den anfang verpasst haben die jetzt erst zugeschaltet haben die können dann alles auf youtube dann noch mal nachträglich verfolgen erst mal dankeschön dafür und jetzt spielen wir noch ein bisschen ich sag mal so bis zehn nach fünf nach bis zehn nach acht dann geht's dann ist feierabend heute ja dann geht es bei mir weiter so groß wie viele leute hast du denn eingeladen heilige kacke alter finger mehr kohle gibt naja ist mehr kohle gibt an dieser stelle auf consumer der mit durchgezogen hat war jetzt wirst du mit dabei irre gerne wieder immer wieder gerne danke dass du es gemacht hast war mega cool messi lief gut leider dass es unterbrechungen dabei war die unterbrechung kann ich leider nicht ändern das ist nun mal wegen dem wie gesagt wegen dem spielewechsel wir haben zu danken es war einfach es war einfach toll das ist super das hört man gerne wie gesagt vielen vielen dank für die ganzen komplimente dankeschön aber den ganzen lobernte nicht nur ich ernten auch consumer und jetzt zum schluss natürlich auch hier banane und so die am ende noch mal dabei waren und stefan anna in den skyorkers islands und alle wie sie da waren die natürlich auch unterhaltung geboten haben wird 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 vielen dank für den tollen stream gut gemacht haben sie mal genau schlaf flex dich schlaf du nicht so jetzt gibt es auch für fresse ich glaube ich spiele dann was muss ich denn machen und ich habe keine ahnung was muss ich machen ich habe keine ahnung was muss ich machen wie runter ach so ach du scheiße das ist natürlich nicht schön nein was mache ich denn da gibt es hier keinen zurücksetzt irgendwie war ja toll dass die socke sich nicht da die braucht auch ihre ruhe ja das stimmt ich versuche gerade da so hoch zu springen dass ich einen erwisch ja ich auch gerade warum steht den flugzeug auf dem wasser das ist nur zierde ich komme da gar nicht mehr hoch ich habe mich voll verfahren ich nicht habe ich bin auf der autobahn gelandet ich nicht aber ich habe keine linke keinen linken hinteren reifen mehr da war ich auf der felge war man damit fast hätte ich die bastarde erwischt mal gucken wie soll ich nach oben ach so die sniper stehen oben die müssen wir einfach erledigen oder was okay das war klar dass ich da verrecke das war so klar ich habe es ist scheiße am platten ja das ist kacke wenn du platten wieso schaue ich ihm zu ich will niemanden zuschauen ja ich weiß dass es kacke hier im wohnzimmer für flexi dankeschön 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 viel vielen dank echt ihr seid die besten seid die besten vor allem die die auch durchgehalten haben oder die halt lange dabei waren alles ich frage mich ob du wie du stefan dazu überredet hast komm steh auf du und natürlich konsumer auch genau ja danke dir das dass du mit durchgehalten hast von machen kopf zu machen kopf zu machen kopf zu machen kopf du musst mal versuchen dich du musst mal versuchen dich du musst mal versuchen dich zu drehen ich was man ja dass das mal wieder vorgeschaut das habe ich mir gedacht wie kann ich wieder mitspielen ach so das geht jetzt so lange bist du ach so ok also konsumer ist auch noch zu schnell aufstehen bringt mein rotz im kopf durcheinander so und genau flexi flieg du bist wie ich jetzt gleich in ein paar sekunden haben wir die 24 stunden um verflogen wir sind doch verflogen wie im flug ja wie im flug sie sind einfach verflogen weg waren sie flieg flexi flieg so ach seitenwechsel ach jetzt seitenwechsel wie geil ist das denn das war ein guter schuss seitenwechsel super ich auch das wird nicht gut ausgehen ich sag drei gegen zwei das ist das ist auch da 24 stunden gratulation ich habe ein bisschen geschlafen ein paar stündchen aber nein zehn stunden war ich trotzdem dabei in der party also wie gesagt ich mache jetzt noch bis denke ich mal so fünf nach zehn nach und dann ist auch feierabend für heute und dann haue ich mich direkt auf die ohren denn morgen geht ja wieder die woche los ich werde dann wahrscheinlich noch erst eben was essen und dann vielleicht vielleicht doch noch ein bisschen youtube gucken und dann werde ich auf der couch wahrscheinlich einschlafen ganz peu a peu wie ein sanftes baby so ist socke macht's fähig machst du fähig so jetzt gibt's auf die fresse jetzt wollte ich gerade sagen jetzt gibt's richtig auf die schnauze so wohl ja 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 verbrauch am konsumer was wäre ich noch verreckt wieso habe ich dich nicht habe ich dachte ich hätte dich erwischt von daher ja darf die autos hallo weil du am günstigsten stehst natürlich ja slalom fahren kann ich auch ich bin ein verfickts schlechter sniper hast du schon mal gesagt ich auch außer wenn es leicht gemacht wird einem wenn es einem wirklich leicht gemacht wird ja wenn es wirklich leicht geworden bin dann bin ich auch ein scheiß sniper weil dann damit trist ist ja wo doch kümmert sich einer um den gelben mann 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 ich steppe ich will den begleiten mit 4eck nachladen fuck mann boah ich bin so schlecht ja ein bisschen aber ja ja sehr schön den hab ich weg gehauen ja wo ist der gelbe den hab ich weg gehauen hihi da kommt der angeschissen waaaaaah waaaah 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 waaah Du bist nur müde. Fuck. Mann! Du 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 ach schön die Schiene in seinem Auto nicht tot. Das war äh ach so ich wollte schon sagen was macht das Flugzeug da hinten? Aber das ist ja nur Zierde. Boah fast hätte ich durch die Tür schießen. Ich muss hier weg ich muss hier weg ist alles was ich habe war komm komm fast Fuck. Was? Wow fuckerty fuck fuck. Fickty fuck fuck fuck. Mann gib mir. NEIN ich muss dich nachladen ich hatte kein so ein Visier gehabt ey fuck. Ich schau ich schau ich schau gleich okay ich schau mir die Nachricht gleich an. Wenn ich deine Kompagnons auf dem Gewissen habe. Bei Battlefield ist das nie passiert ja das stimmt. Der zweite ist weg. Jawoll sehr schön. Es gibt nur noch einen. Den kriegen wir auch noch. Jawoll. Wer hat den denn erledigt? Ich. 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 Yeah. Sehr gut. So. Ja das soll es gewesen sein mit dem 24 Stunden Stream. Wie gesagt ich bedanke mich nochmal an alle die da gewesen sind. Vielen vielen Dank. Ja. Danke Schi. Danke Schi. Und äh. Genau. Ja wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Und nächstens am Freis hier. Ganz normal wieder in der Let's Play Live Show. Und jetzt schlaft alle gut und äh. Bis gemüt. Macht's auch. Tschüss. Gute Nacht Sascha.